Das sind die Die singen obwohl ich es wirklich sehr sehr gerne tue nur leider auch kann da irgendwie Naja so Dinge Naja es wird besserer explain als äh Sänger Stell dir mal vor ich wäre vor 3 an auf die Idee kommt zu singen Wow alter Jagt mir nicht so ein Schrecken ein Junge So Dann wollen wir mal weiter munter abbauen Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Stein dazu Das ist auch nicht schlecht Dann müssen wir nicht nur durchs Ofenbrennen daran gelangen Sondern kriegen auch so noch was So Wenn wir runterfallen sollten Wir haben ja trotzdem nicht sterben Wegen unserem supergeilen Schuhen Die da ihr übliches tun Ich hätte auch Rhymer werden können Rhymer Das wäre toll geworden Das wäre einfach super zeug geworden Ich habe hier in den letzten 3 Jahren noch nicht mal 10 Abonnenten gehabt Ich hätte einfach minus 20 Abonnenten gehabt Weil die Leute Obwohl sie nicht geabonniert haben Auf die Abonnieren gedrückt hätten Einfach nur mir zu zeigen wie schlecht ich bin So Genug des Geblänkels Wie lange soll ich denn für diesen Berg brauchen bitte? Also wenn das nur er ist geht das ja recht schnell Aber das ist ja hier nur ein Stein Das wird ja ewig dauern Naja jetzt habe ich ja mal angefangen Und das Ergebnis wird sich sehen lassen können Habe ich die Glückssacke dabei Halbpacker effizient Glück Denen kann ich mir gleich mal ein bisschen neue Kohle holen Für den Ofen Juhu ich kann leider verschwenden Juhu endlich Die Behutsamkeit sage ja ne Sie müsste hier wie wir auch mal reparieren So ist ja auch bei dem Anus Der Weltgeschichte Und das will ja keiner So Naja da haben wir auch schon ein ganzes Stück abgetragen gerade Ja das wird schon Gibt mir zwei Erfolgen und ist das Ding auch weg Aber achtmal wollen wir es mit dem Stein weiter machen Denn ich glaube damals genug erst mal wieder Oh das sieht gut aus Das sieht nach wie zu wenig Kohle aus Das sieht gut aus Und das sieht auch gut aus Ich kann hier mal gleich ein bisschen Kohle reintun Dann können wir Hier ein bisschen Kohle reintun Dann können wir dann die Kohle wieder halbieren Dann können wir hier noch ein bisschen Kohle reintun Dann können wir hier die Erde lagern Und das lagern Und dann können wir eigentlich Wenn wir einmal hier ist Dann können wir auch gleich hier loslegen Dann können wir einfach hier Die Mauer gleich weiterführen Und dann nach oben ziehen Wo wir das jetzt machen Das ist ja eigentlich vollkommen egal So dann wollen wir mal gucken So dann wollen wir mal Machen wir mal einfach so Und klack, 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 klack Ich habe dann lasse ich diesen Rest hier mal sein Das ist das Problem, dass ich hier eigentlich Stimmt hier müsste ich eigentlich noch ein hochgehen Weil die Mauer hier Wurde, egal Ich kann die Mauer Bis die Mauer an der Stelle einfach eins tiefer So dann wollen wir mal Ich mache einfach mal so Ich bin mir jetzt unschüssig Ob ich hier so viele Knicky hier reinbauen soll In die Mauer Die hier anscheinend gerade notwendig sind Deswegen versuche ich gerade irgendwie Nicht so viel Knick reinzubauen Mal schauen Wie mir das gelingt jetzt In der Stelle kann ich ja erst mal Den machen So die Mauer würde dann trotzdem durch Würde ja trotzdem noch eins weitergehen Das darf man nicht vergessen Dass die Mauer noch Dass das ja nur der innere Bereich der Mauer ist Den wir gerade ausgraben Können wir auch gleich mal testen Wie das dann aussehen würde Flupp Äh So Klack 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 So Das war wahrscheinlich da unten drunter aber noch was reinzimmern Das sieht sonst komisch aus Von außen zumindest Von außen zumindest So So Dann gehen wir mal kurz schlafen Weil es hier dunkel wird Ich würde jetzt gar nicht mehr brennen aus dem einfachen Grund Hallo Dass ich nicht weiß Ich glaube das reicht fast schon aus Dass wir hier gebrannt haben Jetzt insgesamt Deswegen will ich jetzt erstmal nichts brennen Den Stein mir erstmal aufheben Den restlichen Und dann schlafen wir Erst ein Super Flupp Das war fail Moment Müssen wir nochmal Gehen wir das da hin Dann machen wir Hallo So Eins Zwei Drei Perfekt Genauso wollte ich es haben Ist echt vollkommen egal Ob wir jetzt hier Diese Mords hin oder nicht Weil hier kommt dann eh noch Alles mit Erde hin Also das wird dann hier Komplett aufgefüllt So das heißt man sieht Diesen Teil nur von innen Das heißt diese Ecken hier sind nicht wichtig Sie sieht man eh nicht von innen Da kann man so ein bisschen Von diesen guten Stellen sparen Der ganze Spaß wird dann hier Komplett aufgefüllt mit Erde Ich nehme es nur die Erde Die ich dabei habe Einfach mal schnell hier Muss ich sowieso alles machen Von daher kann ich es so jetzt nicht schnell machen Vor allem was für eine riesige Terraforming Arbeit Weil das auch wieder ist Das merkt man eigentlich gar nicht Weil man mehr damit beschäftigt ist Die Mauer auszumessen und so Aber sich tun wir hier So viel gerade wegruppen Und neu bauen Wie uns das passt und so Uns das Land anebenen Dass es einfach nur krass ist Ich würde fast schon sagen Alter ist es Hardcore Aber ich lasse es Ich sage es nicht So Boah wie ich mich freue Wenn das hier alles fertig ist Und ich werde das hier echt so machen Muss ich gestehen Wie ich das Beim lieben Gregor mal gehört habe Er war ja der Meinung Es würde sicherlich ziemlich cool sein Mal eine Minecraft Welt zu haben In der alles voll ist So mit so Geschichten Alten Geschichten Von alten Übergangenen Vergangenen Zivilisationen Und so Was hier passiert ist Und so Und das hat mich so angesprochen Diese Idee Dass ich es wahrscheinlich machen werde So das wäre dann hier die äußere Mauer Das wäre die Oh Ne die innere Mauer wäre das Quatsch nicht Die äußere Das ist die innere Mauer Ja Da würde ich jetzt einfach durchziehen Hier Ist jetzt schon wieder ein zu hoch Hier Genau Schweine Ich würde nichts tun Aber du stehst recht im Weg Und das Hat schon einige Schweine Das Leben gekostet Ja So machen wir es mal hier fertig Bisschen Ich habe mich auch noch nicht gar nicht um die Stadttore um so ein spaßchen kümmern Das ist das wusste ich auch noch alles rein So an der Stelle würde ich dann einfach mal anfangen hier langsam hochzubauen So Bis hierher Bis hierher und keinen Schritt weiter Und dann bis hierher Hühnchen du störst Warum habe ich eigentlich mitleid mit dir? Ich habe nie mitleid mit Hühnchen Was daran liegen könnte, dass sie überall sind in meiner Welt Weil ich einfach Mit dem Hühnerfall übertrieben habe Mich wahrscheinlich auf ewig verfolgt diese Hühnchen Hätte nie wieder mein Leben Hühnchen sehen können Und mir denken können Oh Wie süß Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Hühnchen mehr gesehen Nein, das hätte ich nie Das kann ich von Kühen behaupten Weil ich von Kühen Weil ich nie Kühe sehe Oder Schweine Schweine sind süß Die sieht man auch wirklich fast nie Ich weiß nicht warum Aber die sieht man fast nie So Jetzt wird mir dazu mal abgegeben Ich bin Schweinefreund Hä? Meine eigene Minecraft-Feld Verarscht mich So Hier der ganze Spaß muss dann weg Das sollte aber auch niemanden stören So Einfach weggerobbt das Zeug Da kenne ich nichts Da kenne ich gar nichts Muss eh weg Weil ich sehe Da hinten ist der Steg Den ich gebaut habe Von daher befinden wir uns Auf einer sehr guten Ebene So Viel Spaß hier Kommt alles weg Lebensräume werden zerstört Doch das stirbt nicht Ich bin ein Mensch Ich mach das gerne Ich bin Der Zerstörer von Lebensräumen Der Schlechter von harmlosen Tieren Und Was die Menschheit soll So zu machen Das schlauste Lebewesen der Welt Ja So ist es halt So sind die schlauste Lebewesen der Welt Die nutzen ihre Intelligenz halt dazu Andere Tiere zu töten Und Lebensräume zu zerstören Und sich einen Feuchten Darum zu scheren Was sie da eigentlich gerade tun So Und ein weiterer Hügel Der verschwindet Alle hier hinten Das war Das war alles so unentdeckt Für mich Das waren alles so Regionen Da habe ich bis Folge 400 Habe ich hier nicht Einen Fuß hingesetzt Jetzt einfach weg damit Weg damit Ich freue Platz Weg damit Ich freue Platz Kenn ich nichts Alles weg Ich freue mich Ich liebe dich Ich freue mich